okay also die leute sind ready holt er sich eine versager hey kumpe nimm dir das ding dumme frage das schild hast du nicht genommen was wirst du denn bist so gut im bogen ich habe in ein einhang schild ehrlich gesagt ok hast du kein also doch oder ich muss es auf dem rücken lagern aber auf dem rücken habe ich bereits meine waffe warum kann ich dir meine waffe nicht warum kann sie das schild nicht nehmen es ist doch dein job aller okay die kann das dumme ding nicht tragen und gut alle sind bewaffnet jetzt heißt es nur noch wir harren der dinge automatisch zur wache geworden könnten wir theoretisch alle einfach mitnehmen können wir einfach auf den angriff kurz warten ja wir machen hier wir machen hier einen richtigen kämpfer hier nego wir sind ready der begleiter siemals einswert hat hunger und wird dir bald nicht mehr folgen ich habe doch wir müssen den wir müssen den was uns ins inventar legen weil sonst zicken die rum und die können halt auch mittendrin gehen das kann richtig blöd werden das habe ich auch schon gehört solche pfeifen ist echt so ne so haut da rein haben wir noch einen pilz ja wow wir haben keine pilze mehr wo haben sie schon alle gegessen ja ja wir hatten 23 bären und 17 gebratenen pilze oder so das ist sommer ich soll mal nicht übertreiben mit ihrem essen die werden doch die kleinen bach denke ok moment wenn ich die jetzt wieder zu annie die sind ja die sind ja jetzt meine gefährten ok die sind die sind heiß wie fritten fett ich sag's dir ich warte nur auf den angriff hatte lassen wir mal mit einem von denen quatschen vielleicht kann ich die weil ich habe eine hose und noch gut ich gebe dir die bessere hose und du kriegst einen hut auf weil ich habe mir auch ein bisschen gegönnt sehr gut was hast du dir gewöhnt die bessere kaputze eine bessere hose und den mantel ok wir haben ein paar gebratene pilze noch da ok die forschung dauert noch da hier sind noch gebratene pilze ja die machen sich jetzt auch noch achso da ist kein holz drin wir haben aber holz alles gut ich mache das schon alles gut machst du das ok schnell ich muss den leuten muss den typen halt gerade zeug geben und die rennen ständig weg ok schade dass die eine keine angst tragen kann news from the kingdom there is always something ich habe noch keine ausrüstung aber gut du bist ja nahe kämpfer bei dir macht das mehr aber die hose ist relativ chillig zum herstellen ja wenn du die möglichkeit hast pass auf dann geht mal alle arbeiten wir können ja gerne alle nochmal in ruhe arbeiten gehen und am ende mobilisieren wir sie wo bist du denn ich stehe genau neben dir es geht der flachs langsam aus aber das ist okay ich mache für dich jetzt auch kapuze und hose ja super du kannst ja jemand anderem dann deine hose und ein strohhut geben ist immerhin ein bisschen besser als das was die anhaben sehr gut so was kostet das oh die haut ja richtig rein hier kannst du ja richtig viel essen drauf klatschen ja da geht richtig viel drauf oh ja da macht sie jetzt gerade mal ordentlich was probenholz mischeimer zaun komposthaufen können wir denn nicht machen den komposthaufen mittlerweile weiß ich nicht robuste fäustlinge würden auch gehen oder müssen wir halt erforschen ja ich weiß nicht ob die riemen brauchen ich überlege gerade was wir noch so machen tasche riemen oh einer ist aufgestiegen ist der ist der kessel schon erforscht oder mhm scheint so weil das wäre zum kochen bestimmt auch noch mal heftig drei fell einzeln waren drei riemen haben wir das ne haben wir nicht doch aber wir haben keine drei riemen gell doch haben wir doch 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 weil dann würde ich die große rüstung mal machen hier ne was heißt rüstung die das abenteuer gewandt ja 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 weil wenn wir das paar mal herstellen dann haben unsere leute ein bisschen schutz ne ok wir haben bronze barren das ist schön vielleicht können wir irgendwas sinnvolleres machen vielleicht können wir eine bessere waffe oder so machen es gibt noch eine streitaxt die braucht glaube ich nicht mal riemen ich würde aber gerne mal eine einhandwerfen machen ja ich würde die mal machen fünf holz ich dachte eigentlich das holzfäller beil ist ein hand weil für mich ist ein beil ein hand und eine axt zwei hand aber ja gut angriff nein ich habe mir gedacht das kommt schon der an ach nee das ist das hier wo bist du denn du bist es doch hier warte alex ich lege dir ein paar sachen vor dir auf den boden ja gerne einmal hose einmal kapuze einmal mantel oha dankeschön das ist ja super gut oha das ist schon mal das ist schon mal und das gewand wohin kommt das ah ja da unten nee schicker bruder oh nice geräucherte pilz den können wir uns mal mhm oh ja sie ist unsere nahkämpferin wir werden ja gerne uns einmal ach gebratener pilz und geräucherte pilz der geräucherte ist sogar besser Nice. Genau, also wir haben ja so zwei Typen bei uns, die also der eine kann gut herstellen. Rondell ist abgeschlossen. Sehr gut. Nächste Waffe, das ist eine gute Waffe. Was haben wir jetzt? Wir können das Sachs machen. Aber wie du magst, such dir das aus. Ich habe jetzt nur das Rondell machen wollen. Ich habe jetzt nur gesehen, der Lagerfeuer mit Kessels ist immer schon bei 80%. Da fehlen nur vier Steine. Ah ja, gut dann, Abwart. Vielleicht wird unsere Nahrung da einfach dann noch besser und wir haben noch mehr Leben und noch mehr Ausdauer und so. Okay, aber wir haben wieder zwei Kupferbanken. Okay, gut. Also, das mit dem Holz kommt langsam zusammen. Ich habe jetzt gesagt, die sollen immer 20 sammeln. Sehr gut. Das ist sehr, sehr wichtig. Weiß nicht, wie es jetzt im Moment ist. Die greifen noch immer nicht an. Nee, ich warte eigentlich schon drauf. Ich auch. Wie die ein Beklopfter. Rondell. Oh, benötigt Herstellung drei. Okay. Ja. Da gibt es schon die ersten großen Sachen. Okay. Ich überlege gerade. Kann mal jemand ernten? Ja, okay. Eine Person hat es beim Ernten. Warum hat die beim Ernten null? Landwirtschaft. Oh, Kessel. Jawohl. Wir haben eine Person gut im Kochen. Die kann alles. Okay. Die kann ernten. Die kann das machen. Außer forschen. Das braucht sie nicht. Was kann der noch? Arbeiter. Okay. Oh. Ja. Lagerfeuer mit Kessel. Hast du genug? Zum Fertigstellen? Hallo. Sorry. Ich, weil ich Nase geputzt habe, weil ich mich schlimm geschalten. Okay. Das ist kein Problem. Ich nehme gerade die Bronzerbaum. Wir haben eine Mission. Die ist relativ sexy. Wir bekommen 300 Ansehen wieder. Aber geh nicht weg, gell? Wenn die jetzt dann... Jetzt nicht. Da sind sie. Okay. Okay. Achtholz brauchen wir noch. Kommt zu mir. Wo ist der letzte von uns? Oh Gott, der ist so weit weg. Okay, die kommen. Ja, ich seh sie. Treffer. Entschuldigung. Einer weg. Okay, man kann ja super gut blocken. Ja, genau. Und los geht's. Wir brauchen keine Wachen mehr. Wir nehmen die Leute hier mit. Ein Verband. Lionel. 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 Wir hatten drei Gegner, ne? Oh, sogar. Ja. Hatten. Hatten. Ja, das ging doch gut. Wo ist denn das Simon? Der hat Hunger. Die werden sich jetzt nach und nach das Zeug holen, ne? Vor allem, ich hab ein Stück großes geräuchertes Fleisch bekommen. Boah, geil. Das tue ich zu mir rein für den nächsten Überfall. Fünf Stück geräuchertes Fleisch. Das tue ich an. Weiß, ob ich keine Rübe da rein machen kann. Ich dachte, ich kann jetzt eine Rübe kochen. Okay, ich habe hier ein paar Missionen noch. Aber wie lange hält das? Achso, das geht ja kaputt. Okay, danke. Ähm. Ich brauche heute acht Stück. Haben wir nicht, hole ich mehr. Okay, ich gehe ein paar Missionen abschließen. Ich quatsche mal kurz mit allen. Um so eine Mission mit, äh, quatsche mit dem, dies und jenes. Was mache ich mal? Was bimmelt denn da immer so? Wie soll es ja so eine Kugel erkennen? Das weiß ich nicht. Ich. Ich mache mal ein bisschen lang, damit man die Geschichte so ein bisschen mitbekommt. Okay, und wir haben hier noch eine Mission. Okay, es gibt einen Banditenschatz. Oh, weißt du, was wir machen könnten? Wir könnten tatsächlich, wenn wir richtig Bock haben, die da hinten jetzt überfallen und unsere Sachen zurückholen. Kann man mal machen. Sind wir da so weit, oder? Ja, zumal das ist eh gerade eine Queste. Okay. Wenn wir alle was essen. Ich baue nur schnell den Topf. Wenn es recht ist. Ja, ja, lass dir zu. Ich habe noch jemanden zum Quatschen hier, Alter. In der Welt aufsteigen, ja gut. Ich muss bald meine Axt reparieren. Ja, aber bitte. Wobei ich mir... Diese Streitachse ist wahrscheinlich auch zwei Händer, gell? Ähm, das kann ich dir spontan nicht sagen, aber ich glaube, ja. Okay, ich rüste die Leute aus. Ich weiß nicht, wie lange du noch brauchen wirst. Ich bin jetzt fertig. Oh nice. Ach, man kann gar nicht selbst kochen, oder was? Doch. Na klaro. Was? Wenn nicht, das wäre ja blöd. Wasser und Salbei. Ich koche mal irgendwas. Ja, das. Salbei. Ich sammle unsere Leute. Ich will nur mal gucken, was dabei rauskommt. Ich glaube nämlich, ich mache jetzt Bärenmarmelade. Das wäre nice. Ja, ich mache gerade Bärenmarmelade. Achso, ich brauche Holz. So wie es immer ist. Und wir haben natürlich keins. Ja, gut. Ja, ich bin hier gerade, wie gesagt, mit den Leuten schon richtig heiß wie Frittenfett. Ich komme schon, ja. Wir bekommen gerade noch jeder eine Beere. Oh wow. Danke für den... Ich habe einen ganzen Holzstamm bekommen. Okay. Dann würde ich sagen, los geht's. Ich würde versuchen, erstmal ein bisschen drauf zu schießen. Und danach haben wir mal ordentlich... Ich meine, das sind zwei, drei Leute. Oh, da ist eine Hirschheit. Zwei, drei oder ein paar mehr. Nein. Der ging daneben. Der kriegt dazu. Ich helfe dir. Der ist weg. Der ist weg da hinten. Die hauen auf den Rauf gerade. Okay, dann. Cool. Los, die looten. Ich habe einen Schatz gefunden. Ich gehe mal hoch zu denen. Ja. Und das Lager. Oh, ich habe einen Apfel. Münzen-Riemen-Fell. Sehr gut. Guck mal, was es dort oben gibt. Hier oben gibt es nichts. Oh, das ist ja... Ernten. Stein. Wow. Wir haben einen Stein gefunden. Also, ich habe schon ein bisschen was bekommen. Ich habe zwei Riemen, Fell, einfache Schnur und ein Stück gereiertes Fleisch. Okay, gut. Ich schicke die gerade übrigens alle wieder zurück. Ja. Ich nehme hier noch ein paar Steine mit. Mhm. Ob das was umliegt. Guck mal, hier vorne kannst du nämlich... Kannst du das machen, Nico? Guck mal ganz kurz. Zu mir. Ich bin da. Kannst du das beanspruchen? Weil da stand irgendwie bereits geplündert. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da.